Er glaubte immer nur das, was er mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Doch die Erfahrungen in der verborgenen Welt veränderten sein Leben. Und er wurde zu Dr. Strange, dem obersten Zauberer, dem Meister der mystischen Künste. Er beherrscht starke Zaubersprüche, mit denen er unsere Realität beschützt. Der schwebende Umhang, das Buch der Vishanti und das Auge von Agamotto sind nur einige magische Artefakte, von denen der mächtigste Magier Gebrauch macht. Wo auch immer Magie für das Gute eingesetzt werden kann, dort wird er sein. Er hat bereits unzählige Angriffe von gefährlichen Wesen abgewehrt. Was wird eure Welt tun, wenn aus dem obersten Zauberer der oberste Sympion geworden ist? Ihr werdet nicht überleben, jetzt da ihr einer von uns ist.